Hallo Leute und herzlich willkommen zu den VARO News von Tag Nr. 4. Tag Nr. 4 war ein ganz besonderer Tag auf jeden Fall. Es ist sehr sehr viel wieder mal passiert in VARO. Zu Beginn gab es eine sehr sehr spannende Folge von Kran Crafter und Con Crafter, die es wieder einmal übertoppt haben aus der letzten Folge, um noch eine spannendere Folge hinzuzaubern. Ich würde sogar behaupten, es ist die spannendste Folge, die es jemals in VARO bislang gegeben hat. Also schaut euch den Link in der Videobeschreibung an. Und zwar, was da folgendes passiert ist. Sie wurden einfach die ganze Zeit verfolgt. Und da kommen wir auch schon zu einer ganz wichtigen News. Kong Crafters Koordinaten wurden veröffentlicht. Und zwar lag das daran, dass er Millisekunden in der ersten VARO Folge leider rausgecuttet hat. Und das Regelwerk besagt ist, dass dies natürlich bestraft wird und die Koordinaten wurden nun mal veröffentlicht. Daraufhin sind wahrscheinlich sehr sehr viele Leute auf den Server connected. Und in der Folge hat er Mr. Morgan gesehen und Ari und noch weitere Spieler, die in seiner Umgebung waren, die sogar was gegessen haben. Er hat den Sound gehört. Also sehr sehr spannende Runde. Und auch bei Kran Crafter ging es redlich zur Sache. Er hat zweimal Leute gesehen, wo keine Blöcke zwischen waren. Also das heißt, es ist sehr sehr spannend die ganze Zeit gemacht. Und ich empfehle, Kong Crafters Video anzugucken und Kran Crafters einfach mal beide angucken. Denn das ist wirklich Unterhaltung. Aber ich empfehle natürlich auch die Folge von Mr. Morgan, denn dort sieht man nämlich auch, wie knapp es eigentlich war und aus welcher Sicht das geschehen ist. Also Mr. Morgan war wirklich sehr sehr nah an Kran Crafter dran, hat aber dann einen sehr bösartigen Drang von einer Witch bekommen und ging erstmal auf ein Herz down und musste dann selbst sich wegbauen. Und ja, sehr sehr spannende Folge auch bei ihm. Des Weiteren ist was sehr sehr cooles mit Debitor passiert. Der Debitor findet ein End und hat damit natürlich einen fast unendlichen Vorrat an Bücherregalen. Also etwa 20 Bücherregale sind da auf jeden Fall dabei und hat natürlich einen Riesenvorteil, denn er hat einfach das End. Also Leute, das ist unnormal krass, natürlich einen Riesenvorteil. Des Weiteren gab es noch einen Strike für Petret, der den Shader genutzt hat und dieser Mod ist nicht erlaubt. Und das Team Hashtag Fast Gronkh scheidet leider aus, es wurde niedergestreckt vom Team Lord Schneckchen. Nachdem sie sich eingeloggt haben, war leider sehr sehr viel Lava um sie herum platziert und sie hatten keine Chance und sind beide in der Lava relativ frühzeitig verbrannt. Erst war es Sturmwaffel und dann Sarazah. Schade, ein wirklich spaßiges Team, muss man dabei sagen. Ansonsten wurde noch in der Folge von Any Art LP gemunkelt, dass wohl Prammen stirbt. Leider konnte ich noch das Video von Prammen nicht angucken, was jetzt leider immer noch nicht draußen ist. Aber ich werde euch dann natürlich auf dem Laufenden halten und sobald ich was weiß, davon berichten. Ansonsten haben ganz ganz viele Teams super krasses Equip bekommen, Fire Aspect Schwerz auf Diamant sogar, beispielsweise bei Unge. Und ganz ganz viele Diamanten für das Team Gamer Thunders Time, so heißt es ja. Und Venicraft ebenso, also sehr sehr viele Diamanten auch in den gesamten Teams. Außer vielleicht bei Kragen Crafter und Con Crafter, die ja weiterhin auf der Flucht sind. Und Freaks LP und Gomme haben auch nicht so viele Diamanten. Bislang nur zwei Diamanten gefunden, heißt also, sie könnten sich ein Dierschwert machen, aber mehr auch nicht. Das war's von den heutigen News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr News wisst, die ich vielleicht noch nicht weiß, dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Mich würde natürlich auch eine positive Bewertung freuen. Und ja, wenn ihr weitere Infos braucht, ja, schaut einfach immer abends rein. Meine Videos sind brandaktuell und direkt vom Tag. Ich warte wirklich auf fast alle Videos und gucke sie mir zum Teil komplett an. Um weiteres Feedback würde ich mich natürlich freuen. Also Leute, schaut vielleicht auch mal in meine anderen Videos rein. Wäre vielleicht ganz cool. Da läuft nämlich ein geiles Projekt, was auch relativ spannend ist. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich und wünsche euch viel, viel Spaß. Bis morgen zur nächsten Folge von Varo News. Ciao, ciao.